Unsere Offensive beginnt in drei Phasen. Phase 1, U-Boot und silo-gestützte Nuklearraketen zerstören militärische und administrative Primärziele. San Diego, San Francisco, Seattle und Pearl Harbor in den pazifischen Staaten, Darwin und Manila, Yokohama, Kamchaka und Vladivostok im Osten. Untertitelung des ZDF, 2020 wird die Willen der Bevölkerung verletzt. Next, unsere Panzer-Divisionen will cross die Grenze von der Neutral-Zone in der Blitzkrieg-Strike. Supported by our Wehrmacht-Bittalien, we will have control of the West Coast in the week. We will now reduce the current Lei in the West Coast, and we will now go to the West Coast, then we will release the Land-Zone in the West Coast. The Land-Zone in the West Coast is the only one who is our leader in the West Coast. We will be the next Minister. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.